Der Spielwarenmarkt ist kein Kindergeburtstag, besonders vor Weihnachten, wenn Handelsgiganten und Spielwarenhersteller die Werbekanäle einnehmen. Der Branchenknirps mytoys.de wollte aber auch mitspielen, mit einer simplen wie genialen Idee. Wir kaperten die TV-Werbeblöcke eines Kindersenders mit einer Spotklammer. Ein Opener startete mit der Info, dass alle folgenden Produkte auf mytoys.de erhältlich sind. Die Reihe der dann von Spielwarenherstellern selbst geschalteten Produktspots wurde von einem Closer geschlossen. Seine Botschaft? Auf der mytoys-Website bekommt ihr das eben Gesehene plus eine Riesenauswahl. So etablierte die Produktvielfalt und die scheinbar riesige Werbepräsenz mytoys als starken Vollsortimenter. Mit diesem Clou wurde der Gesamtumsatz um 150% gesteigert, worüber wir uns wie kleine Kinder freuen.